SpaceX hebt Raptor-Triebwerke von Booster 11 vom Meeresboden, aus China, das verrückteste Video einer Raketenlandung, Blue Origin feuert New Glenn-Rakete erstes Mal heiß, DLR und ESA weihen Mond-Simulationsanlage ein, die deutsche Amelie Schönenwald beginnt Astronautentraining, die Erde bekommt am Sonntag einen neuen Mond und Elon Musk will in zwei Jahren die ersten fünf Starships in Richtung Mars schicken. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter mit 75.000 Abonnenten, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ja, wenn ihr mithelfen wollt, die 100.000 Abos und damit den YouTube-Play-Button noch in diesem Jahr zu knacken, gerne ein Abo dalassen und unbedingt Senkrechtstarter-Videos mit euren Freunden teilen und weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank. Da habe ich nicht schlecht gestaunt die Woche. SpaceX hat Teile von Booster 11 vom Meeresboden gehoben. Warum SpaceX diesen Aufwand betrieben hat, das wissen wir noch nicht. Gut möglich, dass es ein spezielles Problem mit den Raptor-Triebwerken gab, das man durch eine Bergung und Untersuchung der Triebwerke verstehen möchte. Booster 11 war zwar erfolgreich weich im Meer gelandet, aber mehrere Triebwerke waren ja auf dem vierten Flug ausgefallen. Tatsächlich haben die Kollegen von NASA Spaceflight bei ihrem Überflug auch geborgene Raptor mittlerweile von Booster 11 in der Massys-Testanlage entdeckt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie selbst mit viel Wartung erneut gefeuert werden können, aber bei SpaceX weiß man ja nie. Fun Fact, die geborgenen Raptor sind ja die ersten, die es aus dem Weltraum zurück auf die Erde geschafft haben. Auch wenn ich Unterwasserarchäologie extrem spannend finde, mit dem Starship-Programm hat man ja einiges vor. Also lasst uns lieber in die Zukunft schauen. Elon Musk hat diese Woche geschrieben, SpaceX wolle das nächste Mars-Transferfenster in zwei Jahren nutzen, um etwa fünf Starships in Richtung Mars zu schicken. Mit den Flügen ohne Kuh, da soll die Zuverlässigkeit von Landungen auf dem Mars getestet werden. Und wenn die Landungen gut verlaufen, dann könnten die ersten Crew-Flüge zu Mars in vier Jahren stattfinden. 2028 in Richtung Mars halte ich für völlig ausgeschlossen. Dass jedoch SpaceX einmal Menschen zu Mars schicken wird, davon bin ich schwer überzeugt. Dafür muss das Starship-Programm allerdings weiter Fortschritte machen. Auf dem Weg zu Flug 5 können wir die Fortschritte glasklar sehen. Diese Woche wurde die gesamte Rakete aus Booster 12 und Chip 30 das erste Mal gemeinsam betankt. Noch nicht komplett, aber als gesamtes System. Da alle Komponenten jetzt bereits einzeln getestet wurden, sollte jetzt nach einem Wet-Rest-Rehearsal tatsächlich alles für einen Start bereit sein. Vermutlich wartet SpaceX damit aber, bis die Genehmigungslage geklärt ist. SpaceX führt die nasse Generalprobe, bei der die Rakete ja voll betankt wird, und ein Start-Countdown bis kurz vor der Zündung durchlaufen wird, für gewöhnlich nur wenige Tage vor einem Start durch. Das größte jemals gebaute Flugobjekt, wie der Firmenchef gerne sagt, soll dann mit den riesigen Mechazilla-Fangarm in der Luft aufgefangen werden. SpaceX will Geschichte schreiben, das zeigen unter anderem auch die jetzt veröffentlichten Schwarz-Weiß-Bilder. Definitiv gute Vorlagen für großformatige Poster oder für den Desktop. Neben den Bildern gab es auch ein paar handfeste Informationen von der Chefin für das operative Geschäft bei SpaceX, bei einer Anhörung im texanischen Repräsentantenhaus. Da sagte sie, SpaceX habe in den letzten Jahren 3 Milliarden Dollar in Texas investiert. Allein eine Milliarde im letzten Jahr. In der Triebwerkstest- und Produktionsanlage in McGregor, da hätte man 200 Millionen im letzten Jahr investiert. Hier führt SpaceX durchschnittlich 7 Triebwerkstests pro Tag durch. Insgesamt über 7000 sichere Triebwerkstests hat SpaceX hier bisher durchgeführt. Damit ist McGregor die größte und aktivste Raketen-Antrieb-Testanlage der Welt. Aber auch Starlink-User-Terminals, die werden unter anderem in Texas gefertigt. In Bestrop habe man seit der Inbetriebnahme im letzten Jahr über eine Million Starlink-User-Terminals hergestellt. Damit sei man der größte Produzent von gedruckten Halbleiter-Platinen in den USA. Wyn Schottweil verkündete bei dieser Anhörung auch, dass Starlink mittlerweile über 4 Millionen Kunden hat. Aktuell vergeht ja keine Woche, in der sich eine Airline oder Reederei für Starlink entscheidet. Diese Woche hat Air France angekündigt, dass sie ab dem kommenden Sommer schrittweise kostenlose Starlink-Breitband-Services in ihrer gesamten Flotte einführen werden. Auch die United Airlines hat angekündigt, sie wolle ab nächstem Jahr von den geostationären Verbindungen auf Starlink umsteigen. Das betrifft dann mehr als 1000 Flugzeuge der United Airlines-Flotte. Schwer vorstellbar, dass sich auf der Langstrecke für Airlines in Zukunft ohne Breitbandanschluss noch Geld verdienen lässt. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich trage ausschließlich Schuhe von Gießwein. Der Gießwein-Woo-Sneaker, der ist seit einem Jahr mein Lieblingsschuh und so habe ich mir jetzt ein zweites Paar zugelegt. Dieser Sneaker in schwarz, der passt einfach zu allem, ob für einen entspannten Spaziergang durch die Stadt, im Büro oder ein Dinner mit Freunden und Familie. Der elegante schwarze Look, der macht ihn unglaublich vielseitig und wie ich finde zum idealen Begleiter für jeden Anlass. Der Gießwein-Woo-Sneaker, der ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein wahres Leichtgewicht. Mit nur 125 Gramm ist er der leichteste Gießweinschuh. Die weiche Merino-Wolle, die umhüllt deinen Fuß wie eine zweite Haut und die sorgt für ein unvergleichlich angenehmes Tragegefühl, selbst barfuß getragen. Dabei reguliert Merino Temperatur und Feuchtigkeit perfekt und ist von Natur aus atmungsaktiv und antibakteriell. Wenn du also das Leben in vollen Zügen genießen möchtest, ohne dabei auf Komfort und Stil zu verzichten, dann ist der Gießwein-Woo-Sneaker genau der richtige Schuh für dich. Mit meinem Link und dem Code MORITZ20, da bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die Starts der vergangenen Woche, kein Orbitalstart, aber für mich eines der abgefahrensten Videos eines Raketenstarts überhaupt. Das chinesische Raumfahrtunternehmen Deep Blue Aerospace führte am 22. September einen Test ihrer Nebula-1-Erststufe durch. Der Test sollte vertikale starten und die Landung des Erststufenboosters demonstrieren. Während des zweieinhalbminütigen Flugs auf etwa 5000 Meter Höhe in der Spitze schalteten zwei der drei Triebwerke wahrscheinlich planmäßig ab. Die Landung, wenn auch spektakulär mit Drohne eingefangen, die ging dann im letzten Moment schief. Laut Deep Blue Aerospace wurden 10 von 11 Testzielen erreicht und der Flug wird als Erfolg gewertet. Das Unternehmen plant nun für November einen weiteren Test. Ein erster Orbitalstartversuch, der soll Anfang 2025 unternommen werden. Am Dienstag, 24. September, ist in chinesischen Gewässern die vierte Yilong-3-Rakete von einer Seeplattform aus gestartet. Die Rakete, die brachte acht Erdbeobachtungssatelliten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn. Am Mittwoch, 25. September, hat von Jingquan aus das chinesische Caspace mit der Kinetica 1 nachgelegt. An Bord fünf Satelliten in den sonnensynchronen Orbit für mehrere Kunden. Nicht mein Lieblingsthema Raketen für den Transport von Sprengköpfen. Russlands Militär plante letzte Woche den Testflug einer Sarmat-Interkontinentalrakete vom Kosmodrom Plesetsk aus. Die Sarmat ist auf dem Papier Russlands leistungsstärkste Interkontinentalrakete, 35 Meter hoch und kann theoretisch Ziele in 18.000 Kilometer Entfernung erreichen. Wie Satellitenbilder von MEXA zeigen, muss die Rakete vor oder während des Starts explodiert sein. Die russische Raumfahrt hatte ihre besten Jahre schon lange hinter sich und auch für die Sarmat-Rakete ist es der zweite Fehlschlag in zwei Jahren. Russland hatte die Rakete kürzlich als mögliche Antwort auf westliche Waffenlieferungen an die Ukraine thematisiert. Bisher war nur ein Sarmat-Test im April 2022 erfolgreich. Am Mittwoch ist von Vandenberg eine Falcon 9 mit Starlink-Satelliten aufgebrochen. Am Donnerstag, 26. September, startete Japan erfolgreich den IGS-Radar 8-Satelliten. Es war die vorletzte H2R-Rakete, die da von Tanegashima aus gestartet ist. Der IGS-Radar 8-Satellit, ein Aufklärungssatellit für das japanische Militär, der wurde in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht. Am Freitag, 27. September, da ist von Jing-Kwan-Satelliten-Startzentrum in China eine lange Marsch 2D gestartet. Die Nutzlast, die ist mir nicht bekannt. Den Wochenabschluss dann voraussichtlich am Samstagabend SpaceX mit Crew 9, da ich zu der Zeit mit meinem Sohn unterwegs bin, kein Livestream von mir. Familie geht vor. Ja, besonderer Start, zwei Astronauten zur ISS hin und vier werden zurückkehren. Genau, die Crew von Boeing Starliner ist dann nämlich auf der Rückreise mit dabei. Ich habe mir Feuer gewünscht und ich habe Feuer bekommen. Blue Origin hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner New Glenn-Rakete erreicht. Am 23. September führte Blue Origin einen erfolgreichen Hotfire-Test der zweiten Stufe durch. Bei diesem Test, da zündete die Oberstufe für 15 Sekunden. Die Glenn Stage 2, kurz GS2, arbeitete im Gegensatz zur Metalox R-Stufe mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff. Angetrieben wird die Oberstufe von zwei BE3U-Triebwerken. Besonders diese Triebwerke arbeiten im offenen Expansionszyklus. Und dieser Zyklus, der expandiert Wasserstoff im Nebenstrom, wird also nicht in der Brennkammer gegeben, wie beim BE3 der New Shepard, sondern geht einfach über Bord. Effizienz ist nicht so gut, dafür die Zuverlässigkeit. Nachdem der Test der Oberstufe nun erfolgreich abgeschlossen ist, konzentriert sich Blue Origin laut eigenen Angaben auf das Fertigstellen der ersten Stufe, der GS1. Laut Jared Jones, Vizepräsident für die New Glenn, wird der Booster bald zur Startrampe transportiert, wo dann auch der einem Hotfire-Test unterzogen wird. Anschließend, da werden die erste und zweite Stufe miteinander verbunden und als ganzes System getestet. Der erste Start der 98 Meter hohen New Glenn-Rakete, der ist aktuell für November geplant. Wenn erfolgreich, wäre es auf einen Schlag die leistungsstärkste kommerzielle Orbital-Rakete der Welt. Vorausgesetzt, Starship legt mit Flug 5 nicht nach. Apropos heiße Tests. Wie Andrew Parsonson von European Space Flight schreibt, hat Isar Aerospace mit Heißfeuertest ihrer Spektrum-Rakete im Andoja Spaceport in Norwegen begonnen. Kam gerade erst rein, ich habe noch keine Bilder, ich liefere nächste Woche nach. Gute Bilder gab es dafür aus Köln. Die neue Mond-Simulationsanlage Luna von DLR und ESA, die wurde diese Woche feierlich eröffnet. In Luna, da sollen künftig Mond-Spacewalks in einer extrem realistischen Simulationsumgebung geübt werden können. Auf 700 Quadratmetern, da wurden insgesamt 900 Tonnen Staub ausgebreitet. Ja und die Hallenwände, die wurden pechschwarz gestrichen, damit es so aussieht wie auf dem Mond. Auch die Beleuchtung in Luna, die wurde so eingerichtet, dass sie lange Schatten wirft. Hintergrund, alle wollen ja aktuell zum Mond Südpol, Stichwort Wassereis in verschatteten Kratern. Und dort herrschen eben genau diese Lichtbedingungen. Das Highlight der Eröffnung, der Gang der beiden ESA-Astronauten Matthias Maurer und Thomas Pesquet in Anzugsattrappen durch die Halle. Ich hatte mit dem Leiter von Luna, dem ESA-Astronauten Matthias Maurer auf der ILA gesprochen und er sagte mir, dass sogar die Korngrößenverteilung des eingesetzten Staubes dem von Mondproben entspricht. Der Staub, der stammt übrigens aus der Nähe von Köln und ist vulkanischen Ursprungs. Ja, während der Apollo-Mission, da hatte man festgestellt, dass das abrasive Mondregolith, so der Fachterminus, technisch extrem anspruchsvoll ist. Da war es auch für Luna mit dem Staub das Ziel, besonders realistische, möglichst mondähnliche Bedingungen zu schaffen. Zu diesem Thema, da hatte ich bereits im Interview mit Professor Klaas Oltor von der Universität Stuttgart gesprochen. Link zum Interview unter dem Video. Bis 2026, da soll noch ein Seilzugssystem in der Halle installiert werden. Hier können sich Astronauten dann einhängen, um die Last der schweren Anzüge etwas zu reduzieren. Auf dem Mond herrscht ja nur ein Sechste der irdischen Schwerkraft. Mit all diesen Features, da ist die Luna-Halle weltweit übrigens einmalig. Selbst die NASA, die hat keine vergleichbare Einrichtung. Das soll auch bei der Genehmigung und Finanzierung eine große Rolle gespielt haben. 25 der 45 Millionen Euro Baukosten, die kamen direkt vom Land NRW. Man möchte die gute Zusammenarbeit mit der NASA, wie sie bereits auf der ISS besteht, auf dem Mond fortsetzen. Und nach dem Wunsch der ESA, da sollen künftig alle Astronauten, also auch die der NASA, die im Rahmen des Artemis-Programms auf dem Mond laufen werden, zuvor in Luna ihre Weltraumausstiege trainieren. Damit NASA-Astronauten in Luna trainieren dürfen, ist Luna auch in das hochsichere Kontrollzentrumsnetzwerk der NASA eingebunden. So könnten zukünftig sogar Astronauten von der ISS Rover in Luna fernsteuern oder per Sprechfunk Anweisungen an Astronauten in Luna geben. Dadurch bietet Luna eine optimale Trainingsumgebung für künftige Artemis-Missionen, bei denen einige Astronauten ja im Lunar Gateway verbleiben, während andere auf dem Mond landen, um dort Weltraumausstiege durchzuführen. Ja, die Lunahalle, die wird vom DLR und der ESA gemeinsam betrieben. Neben dem Astronautentraining für die Artemis-Missionen, sollen auch Universitäten, Startups und Studierendengruppen Zugang zur Halle erhalten. Apropos Astronautentraining. Ihr erinnert euch vielleicht noch, 2021, da bewaben sich insgesamt über 22.000 Kandidaten aus allen ESA-Mitstaaten bei der ESA, um Astronautin oder Astronaut zu werden. Von 17 ausgewählten Kandidaten, da wurden jedoch nur 5 als Karriereastronauten von der ESA ausgewählt. Also nur die bekamen einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der ESA. Die 12 anderen Kandidaten, die wurden von der ESA als Mitglieder der Astronautenreserve ernannt, bekamen aber kein Bild von Heidi Klum. Ach nee, das war eine andere Show. Da die Karriereastronauten nun ihre Grundausbildung im Europäischen Astronautenzentrum abgeschlossen haben, ist nun Kapazität frei geworden, um nun auch die Reserveastronauten zu trainieren. Da soll anders als bei den Karriereastronauten die Grundausbildung nicht am Stück erfolgen, sondern gestreckt über mehrere Jahre. Die erste Gruppe an Reserveastronauten, die soll nun im Oktober loslegen, unter ihnen die deutsche Amelie Schönenwald. Amelie habe ich auf meinem Zero-G-Flug kennengelernt und sie war mir unfassbar sympathisch. Ich wünsche ihr viel Freude beim Training. Noch einmal kurz zurück zum Mond. Wie mein Kumpel Andrew Parsonson von European Space Light berichtet, hat die NASA der italienischen Weltraumagentur ASI grünes Licht für die Weiterentwicklung ihres Mondoberflächenhabitats gegeben. Das 3x6 Meter große, 15 Tonnen schwere Modul, das wird auf Rädern beweglich sein und kann zwei Astronauten bis zu 30 Tage unterstützen. Das von Thales Alenia Space gebaute Multipurpose Habitation Modul, das soll als Basis auf der Mondoberfläche dienen. So könnten zum Beispiel Crewmissionen verlängert werden oder das Ding auch als Notfallunterkunft genutzt werden. So, letzte Mond-News für heute. Laut NASA soll die Erde am Sonntag, 29. September, einen zweiten Mond bekommen. Dieser Minimond, der gehört zum Ayuna-Asteroidengürtel, der der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne folgt. Der temporäre Begleiter, der wird dann bis zum 25. November um die Erde kreisen. Mit einem Durchmesser von nur 11 Metern ist er im Vergleich zum 3475 Kilometer großen Mond, aber nur ein Winzling. Sichtbar ist er für Laien nicht, aber mit leistungsstarken Teleskopen kann er beobachtet werden. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche anschauen, vielen, vielen Dank an die Senkrechtstarter-Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen, weil die halten den Kanal am Laufen. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Im Schnelldurchgang die Starts der kommenden Woche. Falcon 9 mit OneWeb am Montag, 30. September von Veneburg. Am Mittwoch, 2. Oktober, Falcon 9 von Cape Canaveral. Starlings sind an Bord. Am Freitag, 4. Oktober, Vulcan-Zertifizierungsflug Nummer 2. Startplatz ist Cape Canaveral. Wenn der Start gut läuft, dann darf ULA dann auch die wichtigen Pentagon-Nutzlasten starten. No pressure. Ja, und der Wochenabschluss voraussichtlich Samstag, 5. Oktober. Falcon 9 mit Starlink auch von Cape Canaveral. Hier noch einmal ein Shoutout für das Familienunternehmen Gießwein aus Österreich. Mit meinem Link und dem Code MORITZ20, da bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr aber auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News, die haben euch wieder gefallen. Wenn ja, Like nicht vergessen. Gerne das Video teilen und dabei helfen, dass wir dieses Jahr noch die 100.000 Abos voll machen. Die Raumfahrt ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Hashtag Apollo Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön zinkrig bleiben. Dein Mau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.